hey leute und willkommen zurück zu einer neuen folge laufende planet und wir machen heute was neues ich habe das level hier schon mal geschafft und gespielt ich habe die aufnahme glaube ich noch nicht gelöscht die sache ist die level jetzt komplett einfach so was und ultimativ schwer mir fehlt aber die möglichkeit die level bearbeiten zu können mit 60 frames wenn man pc dafür zu schlecht ist deswegen ich glaube ich mache jetzt echt videos wo ich die level 1 in spiele dass wenn ich hier einen ein level geschafft habe dann ja lad ich das als video hoch und da könnt ihr euch jetzt angucken und freuen wie schön das video geworden ist die frage ist habe ich den da oben habe ich nicht jetzt habe ich den ja ich habe keine zeit gott diese stelle dieses level ist so schlimm auch wenn ich schon mal geschafft habe es ist trotzdem noch so schwer es ist einfach so schwer dass einem hier abverlangt wird ganz ehrlich also abiturklausur ist ein witz dagegen naja nicht ganz außer man hat einen sehr ekelhaften humor dann wahrscheinlich schon dann wäre es ein super toller witz ich stehe mich auch gerade wieder an wie eine missgeburt aber das ist ja nicht das erste mal soll ich doch einfach mit meiner taktik machen die ich vorhin ausgeklügelt habe für dieses level es trifft mich es kann mich gar nicht treffen das ist unmöglich ich habe die aktiviert es ist in pustet blut ich schlag dir in die frische hast du dieses geräusch ich hasse dieses spiel ich hasse mein leben und ich hasse pädophile schon doch das ist ein gutes statement ich könnte mir viele tolle klicks bescheren ich kotze ich jetzt doch schon fast das heißt ich habe sowieso schon mal der gerade getan was habe ich getan heute ja ist doch ziemlich aufwendiges projekt man so scheiße ist wie ich den habe ich erwischt den erwischt ich auch und dann habe ich es geschafft und habe sogar einen neuen zeitrekord aufgestellt ich bedanke mich fürs zuschauen es ist kurzes video aber wie gesagt es kommen jetzt einfach nur einzelne videos wo ich die level schaffe also freut euch auf das nächste oder lasst es sein äh tschüss und dann tschüss Untertitelung des ZDF, 2020